Habt ihr schon mal euer Geodreieck so balanciert? Wenn ihr den Schwerpunkt des Dreiecks finden könnt, geht das ganz von alleine. Wie ihr diesen und alle weiteren Punkte im Dreieck findet, nach denen ihr in euren Hausübungen immer suchen sollt, erklärt uns Leonhard Euler in der Schweiz des 18. Jahrhunderts. Zuerst der Höhenschnittpunkt H. Jedes Dreieck hat drei Höhen. In allen Dreiecken werden die Höhenlinien konstruiert, indem von einer Seite eine Gerade im rechten Winkel durch den gegenüberliegenden Eckpunkt gezogen wird. Legt einfach die 0,90er-Linie auf die Seite B und verschiebt das Geodreieck so lange, bis ihr eine Gerade genau durch den Eckpunkt B ziehen könnt. Die Höhenlinie heißt dann HB. Dasselbe macht ihr bei den zwei anderen Seiten. Dann schneiden sich die drei Geraden im Höhenschnittpunkt H. Bei spitzwinkligen und gleichseitigen Dreiecken liegt der Höhenschnittpunkt meist im Dreieck. Bei stumpfwinkligen Dreiecken liegt der Höhenschnittpunkt außerhalb des Dreiecks und zwei der Höhenlinien verlaufen ebenso außerhalb des Dreiecks. Bei rechtwinkligen Dreiecken liegt der Höhenschnittpunkt auf dem Punkt C. Der Umkreis eines Dreiecks verläuft außerhalb des Dreiecks und geht durch alle Dreieckpunkte. Um den Umkreis konstruieren zu können, brauchen wir den Umkreismittelpunkt. Dafür müssen wir zuerst jeweils die Mitte der drei Seiten finden. Am einfachsten geht das mit Hilfe der Streckensymmetrale. Wenn wir dann eine normale durch den Mittelpunkt jeder Seite ziehen, liegt der Umkreismittelpunkt genau dort, wo sich die drei Normalen treffen. Diese drei Normalen werden auch als Mittelsenkrechter bezeichnet. Bei spitzwinkligen Dreiecken liegt der Umkreismittelpunkt im Dreieck. Bei stumpfwinkligen Dreiecken liegt er außerhalb des Dreiecks. Bei rechtwinkligen Dreiecken liegt er auf der Seite C. Bei gleichseitigen Dreiecken ist der Umkreismittelpunkt gleichzeitig der Höhenschnittpunkt und der Inkreismittelpunkt. Der Schwerpunkt wird oft auch als Mittelpunkt eines Dreiecks bezeichnet. Die Schwerlinien oder Seitenhalbierenden findet ihr, wenn ihr den Mittelpunkt jeder Seite mit dem jeweils gegenüberliegenden Eckpunkt verbindet. Die Mittelpunkte der Seiten findet ihr, wie gerade für die Mittelsenkrechten mit Hilfe der Seitensymmetrale. Dann von der Mitte der Seite C eine Gerade zum Eckpunkt C. Und genauso mit den Seiten A und B. Aus dem Schnittpunkt der drei Geraden ergibt sich der Schwerpunkt S. Der befindet sich bei allen Arten von Dreiecken innerhalb des Dreiecks. Für jedes Dreieck kann auch ein Inkreis konstruiert werden. Der Inkreis berührt jede Seite des Dreiecks von innen genau einmal. Um ihn einzeichnen zu können, braucht ihr den Inkreismittelpunkt, den ihr durch die Winkelsymmetralen der Dreiecken finden könnt. Die Winkelsymmetralen erstellt ihr am besten mit eurem Zirkel. Aber das könnt ihr genies ja schon. Dort, wo sich die drei Winkelsymmetralen oder Winkelhalbierenden treffen, ist der Inkreismittelpunkt I. Dieser Punkt liegt bei allen Dreiecken innerhalb des Dreiecks. Jetzt müsst ihr nur noch mit dem Zirkel in den Punkt I einstechen, die Länge zu einer der drei Seiten einstellen und den Kreis ziehen. Beim gleichseitigen Dreieck ist der Inkreismittelpunkt gleichzeitig auch der Umkreismittelpunkt U und der Höhenschnittpunkt H. Bei jedem Dreieck liegen drei Punkte auf einer Geraden, der sogenannten Eulerschen Geraden. Diese Punkte sind der Höhenschnittpunkt, der Umkreismittelpunkt und der Schwerpunkt. Der Inkreismittelpunkt liegt nur in ein paar speziellen Fällen auf dieser Gerade, im Normalfall aber nicht. Und hier noch ein Tipp. Wenn bei einem Dreieck alle Punkte konstruiert werden sollen, passiert es oft, dass sehr viele Geraden eng aneinander liegen. Dann sind die Schnittpunkte nicht so gut erkennbar. Oft reicht das, wenn ein Schnittpunkt mit nur zwei Geraden erstellt wird. Das kann euch helfen, etwas mehr Übersicht zu behalten. Den Schwerpunkt zu finden, ist jetzt ein Klacks für euch. Der Rest ist Übungssache. Der Rest ist Bis zum nächsten Mal.